Musik Belgrad, einst die stolze Hauptstadt Jugoslawiens, heute Hauptstadt Serbiens. Vor mehr als 20 Jahren hatten Milosevic und die jugoslawische Volksarmee von Belgrad aus versucht, die Unabhängigkeit der Teilrepubliken militärisch zu verhindern. Die Serben gelten seither als die Kriegstreiber der Jugoslawien-Kriege. Die Wunden sind nicht nur in Belgrad, zwei Jahrzehnte später, immer noch zu sehen. Aus dem Alltag der Menschen ist der Krieg noch lange nicht verschwunden. Der sozialistische Traum von Brüderlichkeit und Einheit von Moslems und Christen zerplatzt in den 90er Jahren. In zum Teil erbitterten Kriegen, mit barbarischem Gemetzel, kämpfen Serben gegen Kroaten und Moslems. Mitten in Europa, direkt vor unserer Haustür. 200.000 Menschen sterben, rund eine Million wird vertrieben. Jugoslawiens Vielvölkerstaat zerfällt in seine Einzelteile. Sieben Nachfolgestaaten entstehen. Mehr als 20 Jahre nach dem Zerfall erfasst nicht nur die alte Hauptstadt Belgrad eine Welle der Sehnsucht nach dem, was mal war. Ich liebe Jugoslawien. Stane Radulowitsch betreibt im Herzen der Hauptstadt Belgrad einen Souvenirstand. Firlefants wie Tito T-Shirt oder Liebesbekenntnisse an Jugoslawien. 20 Jahre nach dem Zerfall scheint sowas wieder tragbar in Belgrad. Stane lebt vom Verkauf sentimentaler Andenken. Und ja, auch sie hat sowas wie nostalgische Gefühle, wenn sie an ihr altes Jugoslawien denkt. Jugoslawien, das ist hier in meinem Herzen eine große Freude. Und gleichzeitig aber auch eine tiefe Trauer, dass so etwas Großartiges scheitern musste. Schon dran zu denken, ist für mich wirklich schwierig. Belgrad war für die geborene Kroatin schon vor dem Krieg zu Hause. Wir waren schließlich allemal Jugoslawen, sagt Stane beinahe feierlich. Die Jugoslawien-Nostalgiewelle aber erfasst auch die Jungen, die es gar nicht mehr kennen. Petar aus Bosnien, zum ersten Mal in Belgrad. Er will ein T-Shirt, am liebsten eins mit dem alten Schriftzug. Sozialistische föderative Republik Jugoslawien. So hübsche Jungs müssen solche T-Shirts tragen, ruft Stane begeistert. Ich kaufe das hier, weil mir fehlt Jugoslawien. Aber ich hätte gern, dass wir alle wieder zusammenlebten, so wie früher. Ich bin Kroater aus Bosnien und nach Belgrad gekommen. Ich will so ein T-Shirt, weil das hier für Jugoslawiens Einheit steht. Diese Grenzen zwischen Bosnien-Herzegowina, Serbien und Kroatien sind doch blöd. Ich kann das nicht verstehen. Wir sprechen die gleiche Sprache, wir verstehen einander, haben die gleiche Kultur und die gleichen Wurzeln. Ich bin richtig glücklich, darf ich dich küssen? Vor nicht allzu langer Zeit war so ein Kuss noch undenkbar. Und jetzt muss ich auch noch Geld von dir nehmen. Petr aus Bosnien und sein Besuch in Belgrad sind ein Anfang. Das ist die neue Atmosphäre zwischen ihnen, die Jugosphäre. Den Begriff mag Stane zwar nicht, aber sie mag das Gefühl. Was für ein wunderbarer junger Mann. Und solche Leute haben wir in Slowenien, Kroatien, Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, auf der ganzen Welt. Und das gibt mir die Hoffnung, dass wir Jugoslawen irgendwie überleben. Der Begriff Jugosphäre beschreibt schon recht gut, was derzeit passiert. Wir leben in der postjugoslawischen Zeit. In einer Zeit, wo wir neue Kontakte zueinander knüpfen. In Kultur und Wirtschaft, in diesem Sinne ist der Begriff ausgezeichnet. Interessanterweise gab es gleich nach dem Ende der Kriege in Ex-Jugoslawien viele verschiedene Namen. Es existierte ja schließlich in der Realität, aber irgendwie passten sie alle nicht. Unser Gebiet, die Region, heißt Balkan, das waren alles hilflose Versuche. Die Region war zu ungenau, unser Gebiet war viel zu vage. Dieses Etwas war da, aber es hatte keinen Namen. Dann kreierte ein Korrespondent der BBC, der Brite Tim Jada, den Begriff Jugosphäre, in einem seiner Artikel über das Phänomen. Endlich war ein Name gefunden für das Staatsgebiet des ehemaligen Jugoslawiens, das wie ein Atlantis untergegangen, von der Weltkarte verschwunden und gleichzeitig noch da war. Dubravka Stojanovic ist Historikerin an der Universität in Belgrad. Ihre Forschungen haben gezeigt, das, was die Jugoslawen zusammenhält, gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Denn die Südslawen haben sie schon immer gefunden, schon vor der Gründung des Königreichs Jugoslawien, im Jahr 1918. So etwas wie die Jugosphäre existierte schon weit vor der Erschaffung des jugoslawischen Staates. Denn es gibt ein Bedürfnis der Menschen hier. Ich vergleiche das immer mit der Notwendigkeit, ein Fenster zu öffnen. Ich sehe die Jugosphäre als ein intellektuelles, kulturelles Bedürfnis, einen Markt. Und der zeigt sich in Unterhaltung, im Sport, in Seifenopern und in Reality-Shows. Es ist das neue Gefühl der alten Verbundenheit. Daraus haben sie in Belgrad eine Fernsehshow gemacht. Veliki Brat, die serbische Variante von Big Brother. Bei Veliki Brat sperren sie die einst verfeindeten Bewohner Ex-Jugoslawiens gemeinsam in ein Haus bei Belgrad. Und obwohl eine serbische Sendung, erzielt sie auch beim Nachbarn Kroatien hohe Einschaltquoten. Der Erfolg der Show war super, vor allem wenn man sich die Quoten erzielt. In den anderen Ländern waren sie sogar noch spektakulärer als bei uns in Serbien. Das hängt wohl damit zusammen, dass wir dieses Mal auch die Kroaten dabei hatten. In der Sendepause von Big Brother. Moderatorin Mariana erklärt uns auf, bis auf Liebeskummer gäbe es im wiedervereinigten Container keine größeren Konflikte. Sie hätten da ein wirksames Rezept für dauerhaften Frieden. Auf keinen Fall dürfen die Kandidaten über Politik reden. Das ist streng verboten. Einer der wichtigsten Regeln bei Veliki Brat. Ich denke, wenn jemand dagegen verstoßen würde, gäbe es für ihn die härteste Strafe. Und es hieße, die Show zu verlassen. Politik ist tabu. Nicht nur bei Big Brother. Das ist der Preis der neuen Freundschaft. Wir waren sehr glücklich darüber. Das hier ist der berühmte Schlafsaal. Hier sind in der letzten Staffel sehr viele schöne Dinge passiert. Hier in diesem Schlafsaal gab es sogar eine Liebesromanze zwischen einem Mann aus Serbien und einem Mädchen aus Kroatien. Soweit ich weiß, sind sie immer noch zusammen. Eine wirklich tolle Sache, dass das bei Veliki Brat passiert ist. Massaker und ethnische Säuberungen, Kriegsverbrechen und Gräueltaten scheinen vergessen. Die ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken, wieder vereint, quasi unter einer Decke. Das kommt an beim Publikum. Möglich wird das, weil es kaum Sprachbarrieren zwischen den alten Teilrepubliken gibt. Ihre Sprachen haben heute wieder verschiedene Namen. Kroatisch, Serbisch, Bosnisch, Montenegrinisch. Früher nannte man das alles mal Serbo-Kroatisch. Weil nur ein Dialekt voneinander entfernt, können sich rund 20 Millionen Ex-Jugoslawen auch heute noch ohne größere Schwierigkeiten miteinander verständigen. Bei Naxi Radio waren sie sich der gemeinsamen Wurzeln schon lange bewusst. Bosnische, kroatische und serbische Liebeslieder aus den 80ern, als die jugoslawische Welt noch in Ordnung war. Ein Programm für die Frau ab 35. Naxi ist ein Schnulzensender. Als Inhaberin Maja Rakowitsch damit vor 18 Jahren an den Start ging, bekam die Chefredakteurin noch Drohanrufe von serbischen Nationalisten, weil sie mitten im Krieg Liebeslieder von Feinden aus Bosnien und Kroatien weitersendete. Das war nicht einfach. Die Anrufer wollten nicht, dass wir die Musik unserer Feinde spielten. Ich habe ihnen dann erklärt, dass Musik nicht schuld ist am Krieg und dass es die Musik ist, die wir immer gehört haben. Den Krieg, der das Land geteilt hat, thematisieren sie auch bei Naxi Radio nicht. Politik spielt keine Rolle. Auch das verbindet das Publikum. Ich bin sehr glücklich, dass die Menschen wieder in eine Art Verbindung treten. Ich habe kürzlich den Begriff Jugosphäre gehört und ich mag das sehr. Wir haben jetzt wirklich eine Jugosphäre. Wir haben schließlich allemal zusammengelebt in Jugoslawien. Dann sind die schrecklichen Kriege passiert, die wir gerne vergessen würden und jetzt gehen wir wieder aufeinander zu. Goran Petrovic ist einer der bekanntesten serbischen Buchautoren. Jugoslawien und dessen Untergang in seinen Büchern sind die Gefühle seiner Landsleute häufig ein Thema. Manche verherrlichen Jugoslawien einfach nur, manche haben aber auch gute Gründe, nostalgisch zu sein. Das Land damals hat für viele die größere soziale Sicherheit geboten, das Gesundheitssystem war kostenlos und auch die Bildung war für alle zugänglich. Damit hängen die nostalgischen Gefühle für Jugoslawien oft mit dem Lebensstandard der Leute zusammen. Serbien, Montenegro oder Bosnien zählen heute zu den ärmsten Ländern auf dem Balkan. Zusammen waren sie eins stark. Jugoslawien war trotz Sozialismus sehr wohlhabend. Kein Wunder also, dass sich viele gerne an die guten alten Zeiten erinnern. Die Sehnsucht nach Jugoslawien nennen sie hier Jugo-Nostalgie. Es gibt sicherlich Elemente von Nostalgie, wie es ja immer der Fall ist in der Geschichte. Nach dem Motto, früher war eh alles besser. Aber besonders im Vergleich zu den 90er Jahren gibt es handfeste Gründe für diese Sehnsucht. Einen Hauch davon spüren die Schauspieler von Born in You, geboren in Jugoslawien, jeden Abend. Im Saal stehen jedes Mal etliche Zuschauer auf, wenn sie auf der Bühne die alte jugoslawische Nationalhymne anstimmen. Die Standing Ovations kommen längst nicht nur von alten kommunistischen Kadern. Warum ich aufstehe? Mein Vater stammt aus Kroatien.